Alles, was ich dem Kind sage, wird irgendwann später, also wenn ich es regelmäßig sage, die innere Stimme meines Kindes. Also wie spreche ich mit meinem Kind? Eher aufbauend? Gebe ich meinem Kind ein gutes Gefühl oder gebe ich meinem Kind ständig ein schlechtes Gefühl? Wie kann ich Blockaden bei meinen Kindern lösen? Auf meinem Kanal geht es ja ganz viel um das Thema Persönlichkeitsentwicklung, wie du dein Bewusstsein erweiterst. Und natürlich gibt es viele Eltern auf meinem Kanal, ich bin ja selber Mutter, die ihre Kinder dann beobachten, wenn sie anfangen, an sich selbst zu arbeiten und merken, ich würde gerne mein Kind unterstützen, dass es selbstbewusster ist, dass es mehr an sich selbst glaubt und dass es sich selbst mehr liebt. Wie kann ich das tun? An erster Stelle kannst du das tun, indem du selber dich selbst gut behandelst, indem du selber wertschätzend mit dir selbst umgehst, weil unsere Kinder lernen über Spiegelneuronen. Sie lernen immer über unser Verhalten, nicht über das, was wir ihnen sagen. Das heißt, es bringt nichts. Also wenn ich jetzt zu meinen Kindern gehe und ihnen irgendwas erzähle über Gedankenkraft und Reinigung und bla bla bla, das nervt die. Oder du musst an dich glauben, es nervt. Also das heißt, es nervt, aber bringt nicht viel. Ich arbeite damit, dass ich zum Beispiel, wenn ich in den Spiegel schaue, mich mag. Wenn ich merke, ich habe zugenommen, dass ich da nicht schlecht über mich selber rede. Wenn ich mit einer Freundin gestritten habe, nicht zu Hause dann rumheule und über sie schimpfe und die ist so blöd und das macht mich... Sondern im Alltag, wenn es da Probleme gibt, da lernen die Kinder am meisten. Auch wenn sie Probleme haben mit ihren Freunden, da lernen sie am meisten. Was sage ich zu meinen Kindern? Sage ich zu meinen Kindern, wenn die sich mit anderen streiten, ja, die sind dumm und die sind besser. Selbstwert gleich null. Also das bringt ja gar nichts. Oder höre ich auf die Gefühle und frage ihn, ja, wie fühlst du dich jetzt gerade? Was macht das mit dir? Ich bin jetzt ganz traurig. Möchtest du, dass ich dich in den Arm nehme? Ja, dann komm zu mir mein Schatz. Oder du gehst zum Kind, du nimmst es in den Arm und streichelst es. Und sagst erst mal gar nichts. Meistens kommt von den Kindern eh ganz viel raus. Wenn es weint, es weinen lassen. Wenn es traurig ist, es traurig sein lassen. Wenn es wütend ist, es auch wütend sein lassen. Und hier ist es jetzt ein ganz, ganz dünner, schmaler Pfad, wo man viel falsch machen kann. Natürlich, wenn das Kind jeden Tag ausrastet, ist es auch oft ein Zeichen, dass es vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit hat. Also ich kann hier nicht Sachen raushauen, Tipps raushauen und dann muss man das eins zu eins übernehmen. Natürlich, Gott sei Dank, macht es jeder Vater und jede Mutter so, nach Gefühl, was du denkst, was richtig ist. Aber wenn wir das Kind beobachten und merken, es bekommt zu wenig Aufmerksamkeit von mir. Ich gebe zu wenig Wertschätzung für mein Kind. Hat das ja schon Auswirkungen auf das Kind. Alles, was ich dem Kind sage, wird irgendwann später, also wenn ich es regelmäßig sage, die innere Stimme meines Kindes. Also wie spreche ich mit meinem Kind? Eher aufbauend? Gebe ich meinem Kind ein gutes Gefühl oder gebe ich meinem Kind ständig ein schlechtes Gefühl? Und da dürfen wir uns beobachten. Und wenn ich das jetzt hier erzähle, bedeutet es nicht, dass ich es immer richtig mache. Wie oft erwische ich mich, dass ich meinen Kindern ein schlechtes Gefühl gebe? Gerade was Schule betrifft und Hausaufgaben machen und lernen. Und ein Mensch, der ständig von klein auf von den Eltern schlechte Gefühle mitbekommt, beobachtet euch bitte selber. Ich glaube, alle Eltern, die jetzt zuhören, wissen ungefähr, was ich meine. Weil es hört sich jetzt so an, als wären wir so böse Eltern, wenn wir ihnen schlechte Gefühle geben. Aber wir versuchen sie ja oft in eine Richtung zu bringen, gerade was Hausaufgaben betrifft oder Sauberkeit, Ordnung. Und wenn ich das aber energisch mache, in einem unfreundlichen Ton oder genervt, weil ich selber genervt bin von meinem Alltag, dann nimmt das Kind das natürlich persönlich. Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir Eltern sind, es ist so eine große Aufgabe, ob Erzieher, Eltern, alle, die mit kleinen Menschen zu tun haben, mit jungen Menschen zu tun haben, nicht mit kleinen, mit jungen Menschen, wie wichtig es ist, auf emotionaler Ebene mit dem Kind in Kontakt zu sein. Das Kind emotional nicht zu vernachlässigen. Weil Essen und Trinken kriegen alle Kinder hier, hoffe ich, in Deutschland. Und Kleidung und Spielzeug und was auch immer. Aber diese emotionale Begleitung, zu gucken, was macht es mit meinem Kind, wenn ich gewisse Sachen zu meinem Kind sage. Nehme ich es wahr, wenn es nach Hause kommt und es mir etwas erzählen möchte und ich höre gerade nicht zu. Da achtsam zu sein und genau da in dem Moment für das Kind da zu sein, weil das Kind baut seinen Selbstwert ja schon zu Hause auf. Natürlich gibt es Kinder, wo die Eltern alles tun und es ist trotzdem nicht selbstbewusst genug. Und auch das dürfen wir akzeptieren. Wenn ich sage, wie können wir jetzt hier in diesem Video Blockaden lösen bei Kindern, bedeutet es nicht, einen Charakterzug des Kindes krampfhaft verändern zu wollen, dass es total offen ist und alle Leute liebt und total selbstbewusst ist, sondern wenn es von Natur aus ein schüchternes Kind ist, das nicht ständig zu hinterfragen oder verändern zu wollen am Kind, sondern das Kind sein zu lassen, wie es ist. Das Einzige, was wir als Eltern tun können, ist liebevoll zu begleiten. Das heißt, du siehst, dass dein Kind eine Blockade hat und du willst versuchen, es zu verändern. Das Erste, was du machen kannst, das hört sich jetzt voll lehrerhaft an, das Erste, was du machen kannst, aber was wir machen können, ist das Kind liebevoll begleiten in allem, was es tut und immer dem Kind das Gefühl zu geben, dass ich es wertschätze dafür, dass es da ist. Nicht dafür, dass es selbstbewusst ist oder stark ist oder keine Ahnung, sondern ich wertschätze dich, weil es dich gibt. Also immer wieder auf emotionaler Ebene schauen, was kann ich tun, um das Kind zu stärken? Was hätte ich mir gewünscht, wenn ich jetzt meine eigene Mutter oder mein eigener Vater wäre? Was würde ich mir da wünschen? Das vergessen wir. Allein diese Ebene zu wechseln, verändert im Alltag ganz, ganz viel. Ich falle oft noch unbewusst in die Rolle meiner Eltern mit meinen Kindern und da muss ich mich selbst wieder zurückerinnern. Stell dir vor, du wärst jetzt dein eigenes Kind, da merke ich, oh nee, das wäre jetzt nicht gut. Also verändern. Das heißt, wir machen alle Fehler. Ich entschuldige mich bei meinen Kindern. Ich hoffe, ich mache das auch wirklich. Manchmal vergesse ich es wahrscheinlich. Aber bei den Kindern entschuldigen. Du, ich habe eben gerade geschimpft oder ich habe eben gerade das und das gesagt. Es tut mir leid. Das war nicht böse gemeint. Ich bin gerade genervt, weil ich müde bin und weil ich keine Ahnung was zu tun habe und ich habe gar keinen Bock oder keine Ahnung. Also man erklärt dem Kind, warum man sich so verhalten hat und dass dieses Verhalten nichts mit dem Kind an sich zu tun hat und dass es einem leid tut. Allein dadurch lernt auch das Kind, dass Verhaltensweisen, die andere Menschen an den Tag legen, wenn sie böse sind zu dem Kind, im Kindergarten, in der Schule oder später im Erwachsenenleben, dass es nichts mit dem Kind an sich zu tun hat, mit seinem Wert. Sein Wert ist immer da. Nur wenn andere Menschen unglücklich sind, wenn sie unzufrieden sind, wenn sie gestresst sind, versuchen sie manchmal diesen Druck, den sie haben, auf andere Menschen, ja, ihr wisst, was ich meine, umzuwälzen. Dass das Kind das schon mal lernt, dass es nichts mit ihm zu tun hat und dass es immer wertvoll ist, egal was es ist. Und das ist ein großer Schritt, ein großes Tool, wie du Blockaden bei deinen Kindern lösen kannst. Jeder Mensch, der sich gewertschätzt fühlt, gesehen, geliebt, gehört, wächst persönlich und die innere Stabilität wird richtig kraftvoll. Erst dann. Nicht, wenn wir anfangen, an einem Kind herumzudoktern, weil wir irgendeine Blockade lösen wollen, weil es zu langsam ist, zu schnell ist, zu laut oder was auch immer. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und bis bald zu einem der nächsten Videos.